Hier seht ihr meine umgebaute Vega 56 mit dem Warpheus Kühler. Ich habe den Referenzkühler mit dem Lüfter einfach für zu laut empfunden. Ich konnte damit auch nicht richtig übertakten, deswegen habe ich den Umbau gewagt. Der Umbau ist ein bisschen heikel, weil ich auch die Referenzplatte von dem Referenzkühler verwendet habe und da muss man einiges mechanisch bearbeiten. Wie man auch hier schon sehen kann, ist der Umbau geglückt. Wie man sieht konnte ich mit dem Warpheus Kühler eine stabile Taktfrequenz von 1585 Mhz erreichen. Ich habe meine Karte auch schon undervoltet, also ich habe die Spannung verringert. Die Karte blieb mit dem Morpheus deutlich unter 75 Grad bei der GPU Temperatur. Hier noch der Vergleich zu dem Referenzkühler. Da konnte ich bei 75 Grad gerade mal 1444 Mhz erreichen. Was mich aber deutlich gestört hat, war die Lautstärke des Lüfters des Referenzkühlers. Die war unenträglich. Um das nochmal audiovisuell zu verdeutlichen, der Referenzkühler mit seinem Lüfter. Und nun der Morpheus Kühler. So ist Kühler mit seinem Lüfter. So ist das richtig aus einem Lüfters desезж space für den Mundserie Kühler. So. So wo wir beide von Pier弓 aufgeben. Jetzt wird es noch am Strandig. So. Untertitelung des ZDF, 2020